Ob sie leben können oder nicht, das kann man sich, glaube ich, heute hier gar nicht vorstellen in unserem Land. Und umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam dafür einstehen. Das ist super, dass ihr alle hier seid. Es ist gut besucht heute, wunderbar. Aber ich finde, es müssten noch viel mehr hier sein. Wenn wir sagen, wir haben eine Bundesregierung, die sich für eine wertorientierte Außenpolitik stark macht, dann müssten heute viel mehr hier sein. Wenn wir sagen, wir halten den Feminismus und die Frauenrechte hoch, und zwar für alle Frauen in dieser Welt, dann müssten viel mehr heute hier sein. Und deshalb lassen Sie uns alle, lasst uns alle gemeinsam dafür eintreten, dass die Menschen in Afghanistan, dass vor allem die Miterheiten in Afghanistan und vor allem die Hazara und Hazara Frauen hier ganz stark gemacht werden.